Ich hab die Runde hätte eigentlich viel drüben. Ja, ja, schieß, schieß, schieß! Fuck, ich hab keine Granaden mehr. Das war kaputt, das war ein Spüler. So viel kann ich da sagen. Ja, hab voll Automatik. Wieso stirbt er nicht? Alter, weißt du, ob ich den jetzt schon erwischt hab, Alter? Du auch. Ja. Ich geh mal ein bisschen rechts, in den Wald rein. Ich hör mal den Mixer jetzt. Achso, du willst den holen. Und ich geb dir Deckung. Nein, nein, einfach gemeinsam. Ja. Der Deck hat, der bringt ihn um. Fertig. Er ist tot, er ist tot, er ist tot. Er ist tot. Ist das er, oder was? Ja, ich glaub schon. Ich hoffe zumindest, ich geh mal vier. Ja. Bleib du mal ein bisschen hinten. Ja. Ja. Ja, er ist tot, er ist tot. Wir haben ihn. Kannst ihm looten, wenn du möchtest. Mhm. Ja, er war Spüler, ja. Du weißt doch nicht, dass du in den Rucksack auch Waffen rein da kannst, gell? Also, wenn du die Waffen mit nicht mehr willst, fahr einfach den anderen Rucksack aus und du die Waffen rein. Weil in den Rucksack passt leicht, nur die Waffen rein. Da passen mehrere rein für dich. Weißt du, was ich meine? Was... Naja, ich hab ja da einen Rucksack in einem Rucksack, so. Und kann ich den einen Rucksack im Rucksack aufmachen und die Waffen reinlegen? Ja, oder wenn's nicht Blatt hat, kannst du schon machen, einfach rechtsklick oben. Das geht sich aus, okay. Ja, ja. Und wenn's sich nicht ausgeht, dann haust du da einfach den scheiß Rucksack aus sie und... Ja, die Waffen kosten viel mehr, wie der scheiß Rucksack. Der Graue. Weißt du, was ich meine? Ja. Da war schon einiges drin. Na ja, dann... Tschüss, hm? Wieder einmal. Ich glaube, ich hau den Rucksack weg, weil... Ja. Das Tactical Rig, was der da drin hat, das ist, glaube ich, besser, ne? Ja, das... Das ist aber interessanter. Ja, das kostet mehr, ja. Du hast recht. Dann hau ich das Tactical Rig rein. Gut gedacht, ja. Ja. Wenn's du willst, kannst du's du nehmen. Wenn's sowas geht. Na, dann nimm' wir nie, ja. Hey, da ist'n... In den Rucksack ist aber auch ein Car und zwei Magaziner drin. Achso, ich bin der Drottl. Tschuldigung, schon wieder... Denkwisch. Äh, ja, okay. Discard. Ich sag'r Dr. Okay. Warte mal, ich kann den jetzt nehmen da. Achso, New Search. Kann man den jetzt gar nicht nehmen? Was? Was meinst du? Kann ich den Rucksack da, der da liegt, gar nicht nehmen? Achso, natürlich nicht. Äh, G- Ich weiß noch, ob du noch einen Platz hast. Oder das neu war alles drin. Der war ja... Blödsinn. Das war ja so eigentlich... Jetzt ist er weg, ne? Jetzt ist er weg. Und da liegen ein paar Magazine hier am Boden. Jaa, kanns nehmen. Das bestimmt. Ja, das eine ist ziemlich teuer. Ja, das nehme ich mir. Das VSS Magazin 6L25. Das andere interessiert mich auch nicht mehr. Jaa... Was ist das? Ballrock? Wieso haust du das Ballrock aus? Achso! Wo ich gerade was wegkommt? Jaa, das Ballrock... Ne, ich hätte... Schau... Ich hätte eigentlich anders gemeint. Weißt du, was am Gescheitern war? Du haust... Die AK-74U, was du in den grauen Rucksack haust, außer. Okay. Und dass du den scheiß grauen Rucksack... Der graue Rucksack, der bringt eigentlich einen Scheiß, die kann gut. Okay. Also... Hau den Scheiß einfach weg, tu die Waffen in den ganz großen Rucksack rein, und dann nimmt er das Ballrock da noch. Das, was du auch hast da, was du eh, das RIG. Ey, 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 ey... Na, mein Spiel ist gerade auch gescheitzt. Fuck. Also, ey, wie es vorher eigentlich gesagt hast, ich weiß noch, was du dann wieder anders da hast. Das verstehe ich nicht ganz. Weil... Naja, dann... Okay, hätte ich... Der scheiß graue Rucksack, der bringt eigentlich überhaupt nichts an Geld. Und das Ballrock bringt eigentlich ziemlich viel das RIG, was du gesagt hast. Okay. Kann ich jetzt trotzdem wieder einstellen? Ja, sicher. Okay. Schnell schnell, du stehst einfach mitten da gerade. Ist gerade ein sehr leichtes Ziel. Okay, dann muss ich halt den Rucksack noch ein bisschen freiräumen, damit das Tactical RIG und die Waffen reinpassen, ne? Na, wieso ich... Nein, du verstehst das nicht. Der... Der graue Rucksack, was du da hast. Der graue im... Der graue Rucksack, was du im Rucksack hast, gell? Genau. Wo die AK drin war. Genau. Der Rucksack bringt auch Scheißdreger und Geld. Gar nichts. Okay. Das heißt, du tust der AK einfach in deinen Rucksack rein, was du hast. Ja, ja. Und dann... Aber das Tactical RIG will ich aber auch haben. Genau. Und das bringst du dann locker noch mit rein. Aber mit dem grauen Rucksack bringst du das nicht mehr mit rein. Das geht sich glaube ich nicht aus. Genau. Also muss ich den grauen Rucksack wegbringen, ne? Genau, weil der... Genau. Okay, 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 okay. Ja, ganz oft geht. Jetzt, weil du hast es eh vorher schon richtig gesagt gehabt. Aber ich hab's dann irgendwie... Ich hab dann das Tactical RIG drinnen gehabt. Aber der Rucksack war ja außer Karten, du hast dann gesagt, oder? Sondern die ganzen Waffen drin. Die Waffen hätte ich halt vorher reinhauen sollen. Ja, ja, ja. Da muss ich halt irgendwelche anderen Sachen... Entfernen. Weil ich konnte dich zu leicht umbringen. Bitte. Bitte. Nicht. Ich muss halt noch irgendwas essen. Ich muss nicht reingehen. So, ich bin wieder da. Sehr gut. Ich lieg da am Stor hinten rum. Niemand ist hinterher? Ja, sicher. Der Rett denkt wer. Ja, ich. Okay. So, was haben wir hier? Okay, es ist nichts. Rennst du? Ja, 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 ja. Was Truby machen, oder? Ja, ich muss jetzt erst einmal aufrahmen, ein bisschen. Du kannst dir die AK-74U einfach am Boden haben. Du kannst dir ja alles wieder aufheben, was du am Boden hast. Das verschwindet ja nicht. Und dann haust du den scheiß Rucksack woanders hin? Zack. Den Rucksack. Da ist aber noch ein bisschen was Nettes drinnen. Das werden wir da noch aufheben. Kann ich deinen Rucksack nachher noch immer anschauen? Ja, sicher. Ja. Okay. So. Achso, Rucksack rausgehauen. Discard. So. Und jetzt haben wir das da. Zack. Take. Nein. Take. Und jetzt schau ich mir den nochmal an. Search. Und jetzt kann ich mir die auch noch rüber holen. Genau. So geht das. Genau. Und jetzt hast du den höchstmöglichen Ertrag aus dem Ganzen. Bist du aber, ich bin bummvoll. Sehr kurz, oder? Dann. Dann. Okay. Munition habe ich auch noch genug. Na, würde ich gern. Was passiert jetzt, wenn ich Unload mache? Okay, dann habe ich den da. Dann haue ich das da rein. Passt. Super. Du kannst du jederzeit Munition in die LAN-Magazine reinziehen, gell? Hm. Ja. Achso, ja, 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 ja. Ah, da habe ich eh was. Okay, gut, gut. Das kann ich eigentlich da auch voll füllen. Gut. Passt. Wir werden wieder online. Haha. Ich bin jetzt eine halbe Stunde dort, aber egal. Fast. Dann schauen wir mal, ob da noch irgendwo Skaffs sind. Oder ob wir einfach durchschauen können. Jetzt ist doch mir die Lage ruhig gewesen. Haha. Skaff, Skaff bei uns! Er ist da, er ist da, er ist da. Ich sag gerade noch. Schau, ob da irgendwo Skaffs sind. Er rennt genau daneben. Ich glaube da oben auf der Straße liegt da, oder? Da oben weg liegt da, ja. Ja, ich glaube das war ein Spüler. Kein Skaff. Schau, schau deine Weapons und geh auf! Sehr schlecht! Was ist die Kommande? Sie haben einfach nur gehofft, wir haben Arbeit zu tun. Ja, ja, ich sage das! Gehen wir rechts oder links? Gehen wir gerade raus oder? Gehen wir gerade raus oder? Oh, da ist Blut an der Baum, siehst du das? Wo? Da? 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 Echt? Ja, bei dir nicht? Das ist glaube ich nur viel. Bei mir ist so ein normaler Baum. Okay, bei mir ist voll viel Blut am Baum. Da ist sicher noch ein oder zwei Bots. Da ist sicher noch ein oder zwei Bots. Da vorne ist ein toter Spieler. Ah, entschuldigung. Pushen. Sechst da? Nein, das war jetzt. Was da das mache ich, dass... Dass sie die Antworten. Ja. Ja, ja, ja. Alter, der redet eh wie der Koten. Er schreit voll. Der redet genauso wie der Koten. Oh, die. Schau den kurz durch. Er ist komplett laggelootet. Der redet genauso wie der Koten, der Spieler. Dann war das glaube ich ein Spieler-Bot, der auch jetzt kurz. Okay, dann gehen wir weiter. Okay, jetzt ist nichts. Okay, jetzt ist nichts. Das stimmt. Hä, wirklich? Genau. Ja, genau. Ja, genau. Oh, nice. Nevermind. Es passt aber zusammen, das was sie reden. Ja, jetzt ist es wieder unser größter Feind da. Spielerscafs. 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 Überhaupt heim zu kommen, oder? Ja, weißte, wie das letzte Mal passiert ist. Wie wir viele Schuhe gehabt haben. So, da oben sollte ich wahrscheinlich gar nicht rauf schauen, oder? Nein, lieber nicht. Bleib du mal herum, schau schnell. Schaut, schaut gut aus, schaut gut aus. Wir machen jetzt gleich wieder dasselbe wie wir am letzten Mal. Laufen? Laufen. Schaut mal ein bisschen. Da ist alles Boot frei, das schaut nicht gut aus. Das mag ich eigentlich gar nicht, wenn da keine Boots sind. Ah, doch da vorne ist einer. Passt. Das heißt, da sind keine Spieler in der Nähe. Aber Spieler, es gab es keine Dose. Okay. Schauen wir kurz da unten. Wenn da nichts ist, dann rennen wir. Bist du bereit? Ja. Na ja, auf der Runde, das wird jetzt unsere Laufrunde, ne? Das wird immer besser. Na ja. Aber jetzt wird's. Na schon, das letzte Mal bin ich glaube ich da stehen bleiben. Sehr gut. Lass mich lieber vorgehen, heim. Für mich ist es nicht so schlimm, wenn ich Magier verliere. Dann kannst du gleich wenigstens reagieren und vielleicht noch am Leben bleiben. Na ja. Na ja, die campen da gerne, die scheiß Spielers. Die sehen die irgendwo schon von weiter weg. Wissen was ungefähr, was für Route du da gehst. Na ja. Na ja. Dann warten sie einfach nur mehr mit der Schrotflinte an uns. Einen Schuss von nächster Nähe und du liegst. Wurscht ob's Kabel hast oder nicht. Na ja, das hört man wirklich, die Wasserschritte. Na ja. Jetzt sind wir da ein bisschen lauter, ja? Na renn nicht zwei drauf, weil... Nein, 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 komm rüber, komm rüber, komm rüber, komm rüber, komm rüber. Da hinten ist eine Bootsbahn. Die sehen die, wenn du gerade umgehst. Bleib schon im Strahlen unten. Ok. Weil gleich da hinten bei, gleich da vorne. Über den Hügel drüber ist eine Bootsbahn und da rennen drei oder vier Boots herum. Da hinten ist eine Einschusslöcher. Das heißt, da hat's einen Feuch schon gegeben. Und du liegst. Der Boots. Da hinten ist eine Einschusslöcher. Und Blut am Baum. Das heißt, da hat's einen Feuch schon gegeben. Und ich will nämlich den Juice eher fast heimbringen. Ich will mich auch. Ja, jetzt hast du schon... Jetzt musst du wieder ein bisschen aufbauen, ne? Eine zweite AK. Bei mir. Da hat er auch keinen Weg bringen. Du hast jetzt eine AKS 74 Scheiße in deinen Rucksack, gell? Ja. AK bringst du nicht mehr rein, gell? Nein. Nein. AKS sowieso. Ich hab zwei AKS. Zwei AKS sind eine normale AK. Da ist nichts drin. Eins gegangen. Wenn du alles aus sie hast, dann kannst du eine AK noch rein tun. Das gegangen. Sogar zwei? Doch, das geht. Das geht sich auch so. Ja. Hau dich scheiß Rick raus. Da. Und du dir eine AK rein. Mit der kannst du das hoch stellen. Genau. Genau, und jetzt hab ich das am Boden gehabt. Dann hast du jetzt schäfe Waffen. Dann kannst du dich nicht mehr beschweren jetzt. Warte kurz. Wo ist denn? Du hast zwei AKS und zwei AKS 74 ist Susan. Vier. Vier große Waffen. Das war für die Chips. Das war für die Chips, oder? Gefallen. Big Chips. Mhm. auf geht es gehen wir wollen ich habe es mit der überwärts doch schneller ich glaube schon ja sicher wenn du aufsteigst dann rennst du schneller und länger so ich habe gerade noch einen scaf ich habe gerade noch gebraucht 3300